Ich mache jetzt mal Werbung für FIFA 21. Mein größter Traum wäre, wenn so eine Scheiße einfach nicht mehr passieren würde. Jetzt mal ganz im Ernst. Wen wollen die denn verarschen? Was ist das für eine Programmierung? Und dann Freunde, Jordan angepisst. Bisschen von hinten immer so, hey boyata, you must be come. Oh, warte mal, was ist hier los? Der kann Torti! Was? Oh, man kann doch Tortis ziehen! Man kann Tortis ziehen! Hä? Digga, was ist das denn mit zweiter Torti? Digga, ich habe es euch gesagt! Ich habe es euch gesagt! Ich bin der Allerechte! Ich bin der Allerechte! Oh mein Gott, Digga! Ich bin der Allerechte! Warum so ein Pass? Krank! Was? Ey, könnt ihr einen Clip machen? Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Oh, komm! Klip! Pfosten, Posten, Posten raus! Posten, Posten! Posten, 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 Posten! Meine Fresse, Alter! Nein, warum schwieg ich nicht auf Zeit? Ah, Gegentor. 3-3. 118. Lewandowski. Totti, 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 Totti. Totti, let's go, Messi. Messi. Ich hab's doch gesagt, die Raketen kommen. Messi, Totti ist in der Haus. Come on. Was ist hier los? Er gibt Elfmeter. Ich glaub, den Horte rein jetzt. Ich glaub, den Horte jetzt rein, Digga. Scheiße. Ja. Digga, klippt es. Klippt es, Digga. Oh mein Gott, Digga. Halt's mal. Digga, was macht der Testegen? Er muss doch doch nur den Ball aufheben, Digga. Der Start ist bei diesem Scheiß. Jetzt kriegt er einen Foul. Sogar da fliegst du runter, wenn du schon auf der... Dieses Spiel ist so los. Auf, flieg ich runter und Bad Boys nicht, der auf der gleichen Höhe ist. Oh, der Gegner. Was ist jetzt los? Ach, schau mal, ich hab'n Bug, schau mal her. Ah, jetzt nicht mehr. Doch, schau mal her, alle Spieler gehen in den Mittelkreis. Kann das mal einer klippen, ne? Kann mir das mal einer klippen, ne? Ich bin grad nicht im Stream, muss schwitzen. Dominik, klipp mir das mal, oder Eldin? Ich bin auch am schwitzen, gerade. Schick mal, FIFA Deutschland, schaut euch das mal an. Herrlich, oder? Und jetzt schieße ich ein Tor. Könntest du einen an FIFA Deutschland schicken. Ja, ja, mach ich auch. Könntest du auch machen. Wow. Und was passiert jetzt? Ach, jetzt kommt der Freistoß. Achtung. FIFA Deutschland, alter. Ach, der Teppich, alter. Ey, das ist doch tot, das ist doch tot, oder nicht? Frankreich? Seitdem? Oh. Oh, ich glaube, ich hab' Kanté-Torti gezogen. Ich glaube, ich hab' Kanté-Torti gezogen. Nein! Oh, scheiße, ich bin auf die Playstation-Taste gekommen. Nein! Fuck! Junge da... Ey, ohne Scheiß. Der hätte doch gezündet. Der hätte gepasst. Warum krieg ich... Was passt hier? Ladies and gentlemen, bitte klipp das. Dankeschön. Hörst du auf, meinen Spieler wegzupilchen? Wenn du das machen willst, macht das im 16. Für euch. Oh mein Gott. Oh Alter. Egal, wer kommt, es gibt keine Reaction, weil... Es ist erstens eine Nacht und zweitens... Ja. Ja, ganz gut. Zumindest SBC-Futter. Boah, der war Zucker. Jetzt ist es gefährlich. Sieht gefährlich aus. Hereingabe jetzt. Postschuss. Also das wollte er so sicher nicht. Er trifft ins eigene Tor. Oh mein Gott. Also falls ihr gerade um welche Frauen zugucken, was der mit seinen Finger macht, falls er nicht vergeben ist, meldet euch bei Kamal. Das ist krass. Das ist richtig krass. So, Florian, dein Part. Also jetzt dürfen die unter 18-Jährigen auch wieder zuhören. Pack it off. Mit spannender Musik. Sotti, das ist ein Team of the Year. Let's go. Frankreich. Frankreich, komm an. Katte, Totti, let's go, Alter. Katte, Totti gezogen. Let's go. Oh fuck. Oh Gott. Oh mein Gott. Es tut mir so leid. Ihr habt es nicht gesehen. Oh nein, 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 nein. Ich bin so ein Vollidiot. Oh mein Gott. Nein. Oh, das Ding ist durch, Freunde. Abscheißen. Was? Abpfeifen, Herr Schiedsrichter. Abpfeifen, Herr Schiedsrichter. 200 Blöken GGs in den Jet. GGs in den Jet. Also für alle Neuen, die gerade reingekommen sind, vor dem Spiel, hat ein Abonnent gewettet oder gesagt, wenn ich zwei Tore mit Schwolo schieße und das Spiel gewinne und Sidney Friede, Bronzekarte im Tors und ich ein Eigentor mache, dann donatet er 200 Euro. Haben wir alles gemacht. Abscheißen. Schwolo, 9,5. Bester Spieler auf dem Platz. Guck doch mal seine Tore an, wie gut gemacht. Hilfe. Guck mal hier. Guck mal Schwolo an. Guck mal den Alex an, als ob der Mann noch nie was anderes gemacht hätte. Und dann hier mit seiner rechten Schlappe, hält er das Ding einfach mal rauf. Jugo und sein zweites Tor hier, Alex-Schwolo-Chat. Alex-Schwolo, zweite Bulette. Opa. Und packt er sich durch, Digga. Durchgepackt. Ja, Körper rein da. Oh, da kommt was rein, Freunde. Da kommt was rein. 200 Euro von nix. Sprich meinen Namen richtig auszuknecht. Der Gegner war Save-In-Follower. Ich meine zwar Schwolo als einziger Stürmer, aber gönn dir, du scheiß Knecht. Ey, weil mit Sidney wäre legendär gewesen. Hab doch gesagt, ich spende, wenn Schwolo doppeltbacken. Hä? Ich spreche doch, Nick. Ich habe einmal Nico gesagt. Nick, achso, Nick Orozpucucucu. Das ist ein türkisches Ausdruck, aber ich weiß nicht genau, was das heißt. Dankeschön. Nick, 200 Euro, Freunde. Guten Tag, mein Name ist Jeffrey Linkura, ich arbeite für EA Sports Vancouver, Canada. Also, Sie haben gesehen, ich glaube, dieser Trailer spricht so für sich. Schlagen Sie jetzt zu, FIFA 21. Sie werden nicht aufgegradet, by the way. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ihnen nicht aufgezählt, ich habe ihn nicht gebrochen. Bis zum nächsten Mal.